wir warten alle drauf heute habe ich einen mikrofontest für euch und deswegen lassen wir das audio heute auch mal ausnahmsweise unbearbeitet damit müsst ihr jetzt leben und zwar habe ich dieses jetzt sollte man wissen was das für ein siske fifa mk 669 gekriegt und da ich ja in letzter zeit einiges mit usb mikrofon rum gewurschtelt habe und doch schauen wir uns einmal an wenn die schon unbedingt wollen dass ich mir das so unbedingt angucke gott also jetzt machen wir erst mal das ganz normale fairerweise muss ich sagen der raum ist natürlich jetzt schalltot da läuft ein pc und die usb aufnahme die mache ich mein laptop und der pc nimmt jetzt hier mein normales mikrofon auf dass das audio techniker 2020 hören uns erst einmal das rauschen an und selbst das ist jetzt ein bisschen schwierig weil das ding hatten einstellbaren vor verstärker was mache jetzt gut also ich schaue mir jetzt mal an vom level her passt das eigentlich würde ich jetzt mal sagen die aussteuerung ist einigermaßen okay dann hören wir uns jetzt einfach mal das leer rauschen von dem an mit der niedrigen verstärkung dann hier mal das audio techniker das ist unfair ich weiß weil das hängt an einem externen auto die weiß so wie es eingestellt ist und jetzt machen wir mal einfach mal die sprechprobe aus dieser distanz ungefähr mit dem fifa er stand auf seines daches sind und schaute mit vergnügten sinnen auf das besetzte samos hin dies alles ist mir noch zu wenig begann er zu ägyptens könig und jetzt habe ich vergessen wie der ganze spaß weitergeht ja ich weiß das war nicht ganz korrekt das audio techniker er stand auf seines daches zinnen und schaute mit vergnügten sinnen auf das besetzte samos hin dies alles ist mir noch zu wenig begann er zu ägyptens könig gestehe dass ich gefräßig bin gut hat euch hoffentlich bis jetzt interessiert aber was jetzt eigentlich noch wichtiger wäre wie ändert sich die verstärkung wenn ich jetzt hier den verstärkungsfaktor hoch drehe wobei ich jetzt sagen wird mal 3 db wären vielleicht nur drin also jetzt bei dem abstand hier ja ganz besser kann ihm noch geben glaube jetzt vom pegel wie ist das jetzt vom pegel her gut also das ist jetzt schon nahe an zu hoch hören uns jetzt hier das rauschen an wie gesagt da ist noch ein bisschen hält und drin leer rauschen jetzt hier von dem viel fein gegenüber dem audio techniker und jetzt mal schnell außer der konkurrenz das ist das new 8000 usb dass ich neulich schon in den fingern hatte und wir können jetzt auch mal gucken vom pegel her dürfte der einstellung einigermaßen von dem für fein entsprechen jetzt ja stimmt das nicht ganz also es ist ein bisschen unempfindlicher aber es geht jetzt erst einmal um das leer rauschen hören wir uns jetzt das noch mal dein gegenüber jetzt hier an und von der richtungsabhängigkeit ja es hat übrigens dieselben griff geräusch problematiken wie das für fein ich habe das hat in der hand genommen nicht in die spinne gehängt man sollte es auf jeden fall die spinne hängen ich drehe es einmal um und das ist jetzt das new von hinten besprochen und das ist das new von vorne besprochen ich habe jetzt mal die verstärkt etwas zurückgedreht auch dass das viel fein ist griff empfindlich also man sollte das hier jetzt so nicht arg bewegen aber man kann es auseinander schrauben und hinten ist ein schraubgewinde das sollte also man hat eine chance dass in eine spinne rein zu kriegen müsste aber aufpassen allerdings das habe ich nicht gesagt das kabel ist übrigens nicht abnehmbar und das ist jetzt das viel fein von vorne besprochen und das ist das viel fein von hinten besprochen von der seite links und von der seite rechts immer wieder zu dem mikrofon hier also ich denke es ist klar dass es eine charakteristik von vorn hat die stärker ist es ist eine mittelmäßig große kapsel drin das sehe ich jetzt schon größere kapseln bedeuten natürlich mehr direktionalität könnte man so schön sagen man hat mit größeren kapseln auch jetzt mit nahbesprecheffekten und so weiter natürlich mehr was man rausholen kann bei kleineren kapseln hat man eigentlich mehr die chance einen ebenen frequenzgang zu kriegen jetzt bisher bin kein mikrofon spezialist aber so im großen und ganzen wäre es das gewesen dann würde ich mal sagen schauen wir uns einfach mal die zerlegerei an wie schaut jetzt des dingens hier von innen aus preispunkt ist ungefähr kann man auch sagen also dass das new war ja das habe ich ja neulich mal in der hand gehabt so bei bla 50 gut 50 euro mit dem ganzen set rum rum das hier ist bei rund um 30 euro kommt schaut man mal wieder auf das viel fein weil das hob ist nämlich schon auf ne schaut mal den ton auf das für fein ich level immer nur auf ungefähr gleiche ton lautstärke hoch also sie fallen ungefähr so um die 30 euro mit diesem leichten ständer leader und eben dem einstellbaren verstärker was ihn eigentlich gegenüber dem hier leicht bevorzugt meiner meinung nach also man kann ein bisschen was ausbilden sonst nichts auch kein sonstiges gebimsel ob man mit dem ständer die hinkommt na ich würde mal sagen es ist mal besser als nichts weil es mit dem gut 30 euro eigentlich schon relativ weit wenn man nichts super spezielles braucht aber schauen wir uns die ganze sache mal von innen an so da steht er jetzt auch und jetzt können wir wirklich noch mal von der nähe anschauen der kerl hier ist im prinzip der einzige regler genau gucken sehen wir da auch die mikrofon kapsel und jetzt bin ich mal gespannt wie das ding auseinander geht also das sieht aus wie in bus schrauben und das dürfte es gewesen sein das wäre einfach moment wir warten alle drauf so das sieht jetzt nach einer mehr oder weniger standard kapsel aus hier schirmt das ist ja wie zau so jetzt muss der ganze spaß nur noch herauskommen das hängt fest warum hängt das jetzt fest ich habe gerade durch langes überlegen es hat weh getan mir gedacht dass sie eigentlich hier nur reingesteckt sein kann weil da ist ja sonst nichts das ist natürlich zug entlastungs mäßig moment ich sag nichts mehr so haben sie es gemacht so haben sie das gemacht ihr wollt schon sagen dass das von der zug entlastung her mist ist aber das ist gar nicht blöd so haben sie das jetzt da nicht steckt aber moment wir haben sie dann den usb stecker ok das verstehe jetzt dann haben sie das kabel naja ok sie haben den usb stecker fertig konfektioniert geholt gehen hier das kabel dann gestopft über das ding drüber getüllt und dann wahrscheinlich noch gepackt weil das jetzt hier sieht nach professionellen pub aus da drin das ist jetzt die rückseite ok weil die vorderseite sehen ist auch recht da geht der ganze usb spaß rein und hier haben wir wieder so ein mystery chip der nicht beschriftet ist und abgeschliffen jede menge ich denke mal abblock kondensatoren vielleicht hat man deswegen jetzt hier mit dem rauschen recht wenig schwierigkeiten da ist das putti man beachte auch da am rand haben sie den ground schön durchgezogen wahrscheinlich auch so wie das mit der durchkontaktierung aussieht durch die layer hier durch hier wird eigentlich das mikrofon angeschlossen haben sie jetzt aber hier mit dem stecker gemacht also da sind die mikrofoneingänge also auf dem chip die endung habe ich nicht gefunden aber es könnte vielleicht ein tlf 981 sein das wäre ein operations verstärker und er hätte auch da oben die eingänge das würde also passen dass sich hier die mikrofonsignale hier rein verstärken hier dann raus geben den chip habe ich auch nicht gefunden 4 bmu ist das smd marking ich habe hinweise gefunden dass der etwas mit power conversion zu tun hat wird sinn machen weil wir haben jetzt hier noch ein chip der wahrscheinlich 3,3 volt ist und zumindest zwei unterschiedliche lkos auf der rückseite hier 10 volt 10 volt 6,3 der 6,3 wäre für das 3,3 volt wäre noch ok da ist immer wieder diese masseverbindung die hier ganz rüber geht und hier war vorher einer dieser schrauben befestigt die ist auch mit der masse verbunden auf der anderen seite ist die dann hier das heißt sie haben sich um die gehäuse masse und abschärmung tatsächlich mühe gemacht das ganze an sich wackelt natürlich ein bisschen das war aber vorauszusehen weil das eben hier nach meiner theorie reingesteckt ist noch verklebt ja mehr kann man dazu nicht sagen also von den günstigen mikrofonkapseln muss ich sagen ist das tatsächlich eines der guten modelle vom rauschen her hat man es ja auch gemerkt es war eigentlich sehr ok gegenüber audio device wobei das natürlich noch nicht ganz alles ausspielen konnte was hätte wollen wahrscheinlich ob ich die verstärkung höher gedreht hätte was ich aber nicht brauche dann hätte der hier wahrscheinlich verloren gehabt aber ich muss schon sagen also für den preis ist das ding gar nicht so schlecht noch gescheite spinne dazu und dann noch den nikolajserkleid eingestellt und dann dürfte es euch schon passen oder was meint ihr ich würde mal sagen für einen meiner berühmten sommerquickies war das schon wieder lang genug ihr wisst ihr wenn ihr den kann unterstützen wollt könnt ihr natürlich diesen link zu diesem den ganz hier unten in der video beschreibung finden das ist aber so ein fehler ding ist natürlich nicht teurer aber ich kriege ein bisschen was von eurem umsatz ab wo sie luft holen und wenn er nichts kaufen wollt und so weiter es gibt auch patreon ich habe auch eine e-bahn inzwischen sogar eine deutsche e-bahn steht auf meiner homepage ist verlinkt in der video beschreibung und ihr könnt auch einfach einen netten tuffigen kommentar hinterlassen bis zum nächsten mal servus zum nächsten mal untertitel